Ich habe immer Angst, dass ich meinen Rucksack verliere, wenn ich ihn jetzt abziehe, aber ihr scheint da schon schmerzfreier zu sein wie ich. Ja, es geht. Ich denke mal, irgendwann ist er eh weg. Ach, hier ist die SKS. Ich suche die SKS, wie sie böse fängen hier. Was ist weg hier? Geh mal in dieser Rucksack hier, der hier liegt. Ich habe einen draußen. Ich habe einen nämlich auch draußen. Nee, das ist meiner gewesen. Ach, der hier, wo die CR75 drin liegt, ne? Oder welchen meinst du? Naja, das ist meiner, ja. Und der ist nämlich nur Wurm und ich habe nämlich ein Handling weggelegt und präst ihn. Oh Leute, ich finde das so geil. Überall in Rucksäcken findet man auch immer mal was zu essen, weil hier schon alles da reingeräumt worden ist. Das ist sowas von geil. So, den auch mal ablegen. Ja, jetzt müsste man eigentlich noch die Waffen wegmachen, ne? Da kommt man jetzt schon einigermaßen dran. Ach, da höre ich Munition zusammen. Da unten ist auch noch was unter dem Bett. Da ist noch eine Sprite. Oh, Drink. Also eine SKS, ne? Da lohnt es sich ja fast umzusteigen auf eine SKS. So, wie ihr liegt, ne? Aber ich bleibe jetzt erstmal bei meiner AK. Bis ich halt irgendwas mit Visier finde. Ich brauche unbedingt ein Visier, das ist... Alf? Ja? Hier im Rucksack, hier vor mir dann, liegt nochmal Munition für dich. Hier, die Spuren hier drinnen wieder neu. Der zweite, der dritte, vierte, Klamotten, Schuhe. Echt, Schöpfe? Jetzt schon vollgespuren? Ja, oben meiner Nase. Ja, stimmt, ich sehe es gerade hier. Ich sehe es da dasselbe drinnen wieder. Einmal so, ne? Ey, natürlich, da sind wieder die ganzen Sachen drin. Das ist ein Bug bestimmt. Oh, Leute, ich werde wahnsinnig. So, in welchem Rucksack ist denn, äh... Ja, in dem. Ah ja, okay. Scheiße. Na doch, ich habe noch ein bisschen Platz. Ich brauche unbedingt eine Munitionskiste. Oh. In der Feuerwehr, da habt ihr das beim letzten Mal gefunden. Ja, die gelben Kisten. Ja, da kann man auch Munition reinmachen, das spielt ja keine Rolle. Leute, ne, also das, äh... Leute, guckt euch das mal an hier. Das ist ja wahnsinnig. Alles voller Rucksäcke. Ja, na ja, gut. Ist ja ein Zeltlager gewesen, ne? Ja, das ist, ein bisschen übertrieben ist es jetzt schon. Also, ich nehme mal an, das ist aber auch noch ein Bug, dass die da wieder nachspawnen. Ja, ich gehe davon aus. Weil, äh, Rucksäcke mit Sachen drinne, das gibt's ja nicht. Ja, also hier, 5F, SKS, äh, auf dem Haufen, da... Ja, das ist auch übertrieben. Also, ich habe nichts dagegen, wenn ein bisschen mehr Loot ist wie früher, aber das ist jetzt übertrieben. Ich sage mal, vor allen Dingen, man kann ja gar nichts damit anfangen. Hier liegt übrigens auch eine Karte, wenn einer noch eine Karte braucht. Äh, Nord-Ost ist das ja wahr. Oh, oh, ich hatte grad den Round-Clip. Ja, das ist ja klar. Hast du noch einen Rucksack, wo was rein willst, Brayden? Äh, ich habe grad einen auf, der gehört frei, muss... Nee, ja, ja, das ist gut, dann müsstest du mal bitte herkommen. Stell dich nur mal vor ins Spiel. Ich habe die... den Helm auf. Daran kannst du mich erkennen. Du bist dann in die Ecke und... Und dort hast du auch den Zehner Rhein für die SK Eisner. Ah ja, ich seh ihn. Ja, hab ihn. Leute da vorne, Richtung Dings, ist ein Dings gespawnten Zombie. Dann ist der gut. Ich weiß nicht, ob der von uns ist. Was machst du jetzt mit dem Rhein? Ich wollte den eigentlich gar nicht da reinpacken. So, jetzt zeig ich da raus. Jetzt fliegt er mal hier vorne hin. Hier liegt er jetzt. Drei, sechs, neun. Oh, es ist ja mittlerweile schon schön leer. Ja, hier draußen ist aber alles voll. Und wenn du Hunger hast, dann brauchst du nur an irgendeinen Rucksack zu gehen. Dann hast du keine Hunger mehr. Nee. Die haben Wollmer. Ich geh mal zum Sandfunker. Markus, nein, du brauchst nicht so viel mitzunehmen. So. Da pullert noch einer. Nee, dann. Und baut seinen Rucksack wieder ab. Ja, und baut seinen Rucksack wieder ab. Ja. Hier so'n Smashback, der gespawnt. Normalerweise müsste jetzt hier drinnen wieder was spawnen, ne? Rucksäcke. Ist auch gleich hier wieder einer. Gut, ähm. Das ist noch ein Denny sein Rucksack. Nee, der Huntingback. Ich hab, ich hab, ich hab. Dann ist gut. Weil, ach das. Deiner war ja Worn oder was, ne? Genau, genau. Dann ist das dein Alter. Gut, wo bist du? Wo seid ihr? Denny ist vorne beim Sand, Uka. Dann nehme ich mir mal die Axt und äh... Ach, der Denny ist schon weiter. Der läuft schon auf den links hin. Der Denny, äh, äh, so wie das aussieht, will er schießen. Nein, ich guck bloß, dass der, äh, angrennt. Eben im Rücken zu uns, oder? Ja. Ja, natürlich. Einmal getroffen. Bricksau. 100 Prozent. Jawohl. Leute, ihr müsst mal ganz kurz warten. Also, du hast das Willing-Pool gefunden. Warum? Warum? Macht das jetzt nicht? Noch ein Zombie? Achtung, hinter dir, Alf! Ja. Ja. Ich wollte mir, äh, die Sprühdose gerade holen. Ah ja, okay, süß. Und, äh, ja. Und, äh, ja. Wo ist denn jetzt die Sprühdose? Eben hab ich sie doch gehabt. Ne, jetzt ist sie nicht mehr da. Da drüben steht, was auf dem R-Field, okay, ist aber ein Zombie. Wie ist er denn? Aber, mit Black kann man die, äh, die, äh, Axt nicht einsprühen, oder? Doch, kannst du auch. Ja. Also, ich hab das jetzt aufgenommen. Äh, was mache ich dann machen? Da muss ich die in der Hand nehmen und dann muss ich die Sprühdose doch einfach eigentlich da... Da drüber ziehen. Da brauchst du bloß drüber ziehen. Aber da hatte ich jetzt letztens, äh, die hat's dann ohne Gefährt gehabt, meine... Richtig, genau. Ja. Irgendwie so komischer Backschwiss, was los ist. Ähm, aber Farbe ist raus, also es könnte sein... Jaja, Farbe ist raus, aber die ist trotzdem noch die gleiche Farbe. Na gut. Das hatte ich jetzt so. Okay, dann soll's das gewesen sein. Warum gehen denn die Tasten nicht? Warum gehen denn die Tasten nicht? Ich bin richtig im Gefängnis schon vorgegangen. Ja. Achso, ja, ist klar. Durch den Wald nicht, sondern an der Straße lang, ne? Vor mir. Ja. 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 Leute, wir sollten das Ding erst mal durchsuchen, oder? Ach du Scheiße. Oh fuck. Leute, sowas habe ich noch nicht gesehen. Ja, dann kommen wir nach oben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da stimmt doch irgendwas mit den Loot-Sachen nix. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sage ja, kommen wir nach oben. Irgendwie ist das so schlimm? Ey, sowas habe ich noch nicht gesehen. Also da... Leute, sowas habe ich... Mal wieder. Hier habt ihr euren Surferverkehr eingestellt, oder was? Nein, da haben wir doch gar keine Macht drüber. Guck mal, was da alle für Westen liegen. Ich habe gar keinen Überblick. Das fasziniert... Ich auch gar nicht. Leute, ich kann gar nicht so viel mitnehmen. Ich müsste nochmal zum Zelt, müsste nochmal was ablegen. Da hinten ist noch eine schöne Weste, aber keine schwarze. Ich gehe mal unten die Tür zu machen. Weil das haben wir vergessen bei der ganzen... Ich muss eigentlich gar nicht so lange hier drinnen mehr aufhalten. Also ich muss mich auch nicht aufhalten. Ich habe alles, was ich brauche. Ich eigentlich auch. Seitdem, es sieht einer einen Scope für mich. Wenn es das überhaupt gibt, wiederhole ich mich zwar gerne, aber... Eigentlich müsste es das geben. Du meinst jetzt für die AK, ne? Wenn du ein... Du hattest vorhin in deinem Rucksack so einen Arzneikoffer, ne? Ja, genau. Hier ist noch einer, der sieht besser aus, also wie deiner. Echt? Hier unten im Gefängnis direkt. Denny, ich habe hier einen Fieberthermometer. Nein. Irgendwann hat gesagt das doch. Hier muss Fieber gemessen werden. Aber, ne? Im Arsch. Ja, ja, klar im Arsch. Wosonst. Ja, sonst ist es ja nicht... Übermessen. Also bei der Gelegenheit, also hier, da kann man sich ja voll essen, voll trinken. Nein, das ist aber übertrieben jetzt. Entschuldigung. Oh, nee. Wo ist jetzt mein... Äh, 5,56 Millimeter. Ähm, sind das nicht, äh, für, äh, für die Stanac? 5,56, ja. Äh, ist hier 25 Schuss. Aber brauchst du ja nicht mehr. Äh, nicht wirklich. Aber ich würde es gerne mitnehmen. Weil irgendwann möchte ich mir... Punition ist genug da, Alf. Ja, ist gut. Nein, ich lasse es auch. Du hast recht. Ach, weiß, das fasziniert mich bloß immer alles so. Weiß, ich habe sowas noch nicht erlebt. Das habe ich ja noch nicht mal bei der Mod so erlebt. Also hier hast du, ähm, Deichmann Original hier in der Bude hier. Hier stehen sogar schon... Das ist der Ramschkönig. Hier stehen sogar die Schuhe schon auf dem Tisch. So. Danny hat gesagt, wir halten uns nicht lange auf. Also los. Ausdringen. Hattet ihr gerade auch ein Serverleck? Also einen Hänger? Ja, einen ganz kleinen, aber... Sokratenhänger kann auch Zeichen sein, dass er in der Nähe ist. Hier ist nochmal Karte Osten. Pausin Munition. Sehr nice. Hier ist nochmal Südwesten. Geht rein, geht rein. Ach, super gut. Na, ja... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020